mitnehmen könnte könnte muss man nicht wollen wir auch gar nicht aber ich brauche den scheiß hier um ein bisschen sicherheit zu schaffen ich sag mal so ein stack der wird schon drin sein gib mir das gibt mir das gibt mir das money 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 da hatte ich luck ich habe mich fast aber auch nur fast reingehübelt und das wäre nicht so geil gewesen also nicht so wirklich geil so dass noch ich brauche noch vier stück ein brauche ich noch und dann tun wir jetzt erstmal ein bisschen farben sand 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 ist sandig ja sand findet man überall ich wollte irgendwas singen aber das hätte ja keinen sinne geben so das ist schon mal sehr sandig so jetzt holen wir uns noch ein paar level werden aber das und das mal dahin setzen ohne entnissen geil 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 da gehe ich rein muss ich einfach ich habe nämlich schon mittlerweile übung so so eigentlich so schwer so so da liegt da und da da noch da und da so jetzt gucke ich mal bitte fall nicht drauf oh mein gott gold und safarinet nehme ich immer mit warum denn auch nicht warum denn auch nicht kann man ja mal gebrauchen kann man ja mal gebrauchen oh 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 ha noch ein safarinet noch 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 mehr gold oh 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 wieso schwer machen wenn es einfach geht gell sooo genau na 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 hat die schnauze wo bist du arschloch wo bist du arschloch na ja süßen na mein friend ist länger als erst mal was na mein freund was geht ein bär oh das ist ein monster 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 oh hi hi ich habe ich gar nicht mitgeschnitten fuck off mein kopf zu ich finde das geil dass ich die ganzen leute hier sehe ich finde es aber auch scheiße dass ich so what the fuck halt die fresse motherfucker hallo spinne ich brauche nur noch ein paar level ich sehe aber auch so gut wie gar nichts obwohl mein monitor auf game steht und daher würde er eigentlich heller aber man sieht es ja gibt es hier noch irgendwie geilen creep hi hey du motherfucker oh da kommt ein creeper geil motherfucker ey hab ich kaputt gemacht kannst du mich gar nichts okay hier geht es schon mal ein stückchen tiefer hab ich eigentlich holz dabei nein warum sollte ich denn das auch wäre ja nur sinnvoll gewesen hab immer dieses gefühl dass gleich jemand kommt und mich killt wisst du nee nee ne du lässt mich kleine wow wow luft holen Schön wie er da rein rennt Oh, ich muss niesen Entschuldigung Tut mir leid Da finde ich es halt wiederum Geiler, wenn es Schade Schade aus Eine Potato Yum, 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 yum Eine Potato Sind hier irgendwo in der Nähe Bäume? Hat da einer drauf aufgepasst? Ne, wie immer nicht, geh War mir schon klar Hauptsache zugucken Aber aufpassen, ob da Ohren Bäume waren Ja Piss dich, du Motherfucker Einfach nur verpisst dich Gut, da ist schon mal nix Ne Oh, da läuft ja wieder so ein kleiner Spasti rum Na, mein Freund Ha, hast du mir das denn nicht gerechnet Du Arschgesicht Alter, was, ich fange Crap dabei, hab schon wieder What? Oh, noch so einer Ey, meine Fresse Verpisst dich So Ich will das mal behaupten Na, ihr Wichser Sieht ganz schön was aus So, das brauche ich nicht Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht Nein, eine Kartoffel Brauche ich nicht So, brauche ich nicht Wow Oh, oh, oh Oh Oh, jetzt wollen wir erst mal fackeln Habe ich gerade wenig Alter, wo kommt ihr denn alle her? So, Level 30 Jetzt muss ich aufpassen So, jetzt So, jetzt Zieh mal runter Copperohr Meins 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 Alter, was du hier findest Geilomatiko So Warte mal jetzt ganz schlau Zack Zack Wutsch 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 Wupp 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 Gut, Kohle Ist jetzt nicht notwendig gewesen, aber Ich nehme sie mal mit Sag ich einfach mal so Man muss ja auch mal was tun Und wenn es nur Kohle abbauen ist Hätte ich eigentlich noch einen Spruch drauf, aber den lasse ich mal Wupp 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 Der ist mir zu Unchoral Uuuuh 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 Bis zum nächsten Mal Nochmal das Textrum Verkreuz ändern Könnt ihr jetzt machen, aber dann müsste ich aus dem Vollbild raus Und dann wieder rein Und dann die Aufnahmen unterbrechen und blab Ach fuck Ob das die Erfahrungssnick ich habe Der Rest ist egal Der ist mir egal Wieso habe ich eigentlich Wolle mit Watsch Watsch Ist da noch irgendwas besonderes? Nöööö Also Nächste Kohleader abgreifen Ja Und äh Wie ihr schon mitgerichtet habt In letzter Zeit kam ja alles querbeet und durcheinander Das lag daran, dass Wie ich schon mal in den anderen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss